Was für einen Eindruck hast du bei Japan gewonnen in der kurzen Zeit, die du jetzt hier bist? Ich bin sehr freundlich für die Personen hier, wirklich sehr respektvoll, sie sehen die schöne Gegend. Wir waren ja zum ersten Mal aus, genau. Noch so viel habe ich noch nicht gesehen. Es gibt sicher noch ganz vieles zu sehen. So we only arrived last night, so we didn't have the opportunity to see a lot of things, but from what I saw, I was really loving it. It's a great area, great city, Tokyo, and the people who are reading, I think, very respectful. I like that a lot. So,昨日の夜、日本に初めて着いたばかりなので、あまり見えていないんですけど、これまで見たところ、本当にすごく街も素敵ですし、 東京もエクサイティングですし、それでお会いする方、みんなすごく親切で素晴らしいと感じています。 So, how did you feel when it was decided that it was the game was then? How did you feel when you got the message, that it was the game was then? Yes, it was a great deal, of course, to have such a great event. Maybe it was a great deal, to have such a great event, to have such a great event, to have such a great event. It was an overwhelming feeling, I was very, very happy, spilt over with joy, that's what she said. And it's a big honor to be a part of this event, and Ryzen is actually here in Switzerland. People know about the event, and she's very excited to be competing in front of such a big stage and so many fans. So, honestly, Ryzen, is a big surprise. You know, Ryzen is a brand-off with a lot of famous, so, so, you know, this is a great event. So, you know, this is a great event for a lot of fans. So, actually, Ryzen was very excited for you. So, Ryzen, it was really fun to be able to see that. So, Ryzen, you know, I'll be happy to be here at this time. So, Ryzen, you know, Ryzen, you know, I will be happy to see that. So, Ryzen was very happy to see it. Welchen Eindruck hast du über deine Gegner? Über meine Gegner mache ich mir keine Eindrücke. Ich gehe in den Kampf rein und werde ihm zugewinnen und fertig eigentlich. Sie ist sehr erfahren, das ist das Einzige, was ich weiß, aber diese Erfahrung beeindruckt mich nicht eigentlich. Ich habe mich sehr interessiert. Das ist meine Team. Meine Team ist die Reaktion. Sie studieren, die Video- und analysieren. Ich bin hier zu gewinnen. Ich bin sehr hart, ich bin sehr gut. Und am Ende des Tages, sie hat mehr Erfahrung als ich. Aber ich bin ein Faktor. Sollte ich mich nicht so interessieren, dass ich nicht. Ich bin ein Team, ich bin ein Team. Ich bin ein Team für mich. 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 Also ich denke auch, er wird bestimmt im Kampf aus uns stehen bleiben, aber ich bin sehr überzeugt von meinem Stand, also mein Stand wird bestimmt besser sein und ich denke, sie wird dann super. Ich denke, sie wird nicht wollen, dass sie nicht spielen wollen. Ich bin sicher, was ich konnte für Sie auf der Show machen. Also, bei Horizon gibt es ja sehr viele Liedchen, die wir mitmachen. Es wird eine große Veranstaltung am Sonnabend. Und was für einen Kampf möchtest du den Zuschauern zeigen? Wie möchtest du dich präsentieren? Also, ich bin aus Serben. Also wirklich, ich kämpfe sehr an sich. Ich gehe all in. Also, ich mache nicht auf all, ich hole ein bisschen Punkte, weil es so schwierig eigentlich ist, was ich mich nicht mitmachen. Ich bin jetzt super, im Moment. Ich kann es nicht wenden. Ich bin jetzt noch dieợi und ich komme nicht mitmachen. Ich bin jetzt mal beim Abflanzung. Ich werde mich nicht mitmachen. Ich habe mich wirklich pressen. Ich werde mich nicht mitmachen. Ich werde mich nicht mitmachen. Ich werde mich nicht mitmachen. Ich werde mich besonders mitmachen. Ich komme in Japan. Die meisten Leute, wenn sie in Japan kommen, in der Krieg haben eine Gefühl, Ich habe dich gefragt, die Leute, die hier nach Erfangen kommen, sind erstmal überwältigt von der Größe der Veranstaltung. Das ist ja auch vollkommen normal. Wie sind deine Erwartungen an die Veranstaltungen am Sonntag und mit welchen Beführen und welcher Einstellung gehst du in der Kampf? Also ich habe ja auch schon Resign-Events geschaut natürlich. Und die Erwartung ist natürlich, dass sie groß sein wird. Im Gegensatz zu den Veranstaltungen, die ich vorher gekämpft habe. Aber zuerst mal gehe ich dort rein, fokussiere mich auf meine Gegnerin, auf den Sieg natürlich. Und danach werde ich sicher nach dem Sieg gehen. Die riesige Menge nochmal auf mich einschließen. Ja, erstens ich mich auf mich und meine Gegnerin. Ich versuche zu blocken, die riesige Bevölkerung, die in meinem Kampf nicht funktionieren können. Auch wenn ich in der Vergangenheit bin, die ich in der Vergangenheit bin, war ein bisschen kleiner. Um das zu vorbereiten, habe ich gesehen, dass ich von früheren Veranstaltungen gesehen habe. Und auch von Pride in Dream, von Yokohama Arena. Also habe ich gesehen, wie großartig war und die Atmosphäre gesehen habe. Also habe ich gesehen, dass es komplett neu sein wird. Und dann habe ich mich in der Vergangenheit und die Atmosphäre gesehen habe. Und dann habe ich mich in der Vergangenheit und die Atmosphäre gesehen. Und dann habe ich mich in der Vergangenheit und die Atmosphäre gesehen, mit der Vergangenheit in der Vergangenheit zu sehen. Und dann habe ich mich in der Vergangenheit. Vielen Dank. Ich habe mich über die große Riener gesehen, wie groß die Riener ist. Ich habe mich über die Riener gesehen, wie groß die Riener ist. Ich habe mich über die Riener gesehen, wie groß die Riener ist. Ich habe einen Blick auf den FED-Wirken. Ich habe gesehen, dass ihr Atom-Wate ist. Ihr seid nicht die Semi-Wate-Class, aber Aber wir wissen, dass Ryzen im Oktober ein Tournament macht. Sind Sie bereit, um einen Weg zu einer Weitklasse zu machen, ob Sie einen Deal mit Ryzen bekommen können? Wahrscheinlich wird es hier ein Turnier geben für die Mädchen, 40kg. Wenn dein Kampf am Sonntag gut verläuft, dann können Sie die Einwanderung von der Dänzen geben. Ich freue mich. Ich freue mich. Natürlich. Es ist ein Ehre, und ich freue mich, dass ich die Tournament mit dem Teil des Törnemen. Wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich die Möglichkeit habe. Und für dich ist es kein großes Problem, ein Bewegung zu einer anderen Klasse zu machen, weil es ein Klasse ist, ein Klasse ist oder so? Nein? Ob ihr das Gewicht machen und große Probleme bereitet? Ich frage dich, weil die Klasse vielleicht viel größer sein können. Was die Klasse ist, wenn du einen Klasse ist. Sie hat immer noch einen Klasse, die sich mit einem Klasse ist. Sie hat immer noch einen Klasse auf dem Klasse, und zwar die Klasse ist, die vorne mit Adam-Weit. So far ist alles gut, und sie hat noch Zeit mit dem Klasse. Wie ist die Klasse? Der nächste Frage ist Ich wiederhole die gleiche Frage zu Rina. Was ist deine Meinung über die Vögel gegen Frauen? Wir haben eine große Diskussion darüber, darüber zu sprechen, und wir haben andere Mädchen kommen, die großen Möglichkeiten gegeben haben.